das ist ein Versteigungsstoff er war jemand schon in der Höhle gar nichts mehr ich habe eine Höhle gefunden aber da war nichts ich habe ein Loch gefunden aber auch nicht mehr er außenrum Töntelstürkern bei der Dörter an der Seite der Höhle also ich weiß nicht über die Welt ja das ist er dort Töntelstürkern Schmutz derzeit ein sehr tief runter ich weiß das aber das ist immer so eine Falle da muss man ewig brauchen um wieder hochzukommen da Tintenfisch muss töten muss töten das war ich gerade, da muss Tintenfisch töten, hat Tintenfisch getötet Fürstblatt ne ich habe hier ein Loch gefunden ich weiß noch nicht aus dem... ja da waren wir eben schon weil du eine Truhe fettest dann öffnen da drin ist eine Platte brauchen wir eine goldene Platte oder so oh ich habe irgendwas gefunden was es verdicht, ja eine Druckplatte brauchen wir ach wir brauchen zwei Dinger wir brauchen eine Druckplatte das gibt's wie mit das gibt's wie mit das gibt's wie mit das gibt's wie mit Dennis bitte kommen warte wie dann halten die eigentlich sechs Minuten ne ich hab noch vier wir haben noch fünf Tränke ich hab noch eine Minute äh wie viele Druckplatten gibt's nochmal? äh eine müsste es nur sagen was? wie viele Druckplatten? eine? eine ne gut was wollte ich nur fragen dann damit öffnet man die Tür und dann ist da so Bilder und dann muss man... ne ne die Tür kannst du so erinnern das ist ein Schalter schnucki ich hab was gefunden was verdächtig aussieht was verdächtig aussieht vielleicht unter dieser komischen schwebenden Insel diesmal haben wir nämlich alles weg gemacht und nur noch eine Faktatur hin in der ganzen Unterwasserwelt das Schöne ist Dennis wenn du einen Nachtsichtstrank reinpfeist kannst du von hier oben alles sehen ja ah ich seh nicht mehr Geld hey Geld hallo ich bin hier in der Ecke äh ich hab was gefunden das sieht aus wie so ein kleiner Schritt der irgendwie in einen Berg reinführt ich geh mal kurz rein alter geil deswegen von hier oben kannst du schön beobachten wenn du so beide runter gehst siehst du halt nichts mehr sehr faszinierend deswegen also ich kann von hier oben schön alles sehen hey Geld ich bin Nachtsichtstränke ich bin Nachtsichtstränke Ich bin Nachtsichtstränke der geht unterbar so nicht ich hab die drohe gefunden mit der goldene Platte ok ist das das ja da war ne hoch ich bin alle hoch schwimmen ich bin alle hoch schwimmen er hat sie gefunden ja geil alter ohne Scheiß sie machen alles alles in Alleingang ey komm auch in so ne Höhle rein schwimmst du die ganze durch und finde sie da dort okay alle hoch schwimmen der Typ ist krank der Typ ist krank das Team ich schwimm gerade hoch äh ich schwank ich schwimme ich schwimme einfach schwimmen wir sind wir sind Säugetiere ich schwimm ich ich bin wirft irgendwo ein paar flaschen runter weil wir die nicht mehr brauchen ich habe mir die nacht ich habe mir die atmungs tränke noch auf ich komme nicht hoch doch das ist ein leiter moment 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 hier sind hebel ja es ist die druckblende ist für später los ich komm schon ja wir laufen zu mal vor noch immer so ein helm mit okay einer durch diese bilder ist der durchgang der erste schein kann trügen das hatten wir doch schon mal immer rechts mit rechts klick dran vorbei hier her geht besser besser vielleicht ist es doch so wer keinen bock mehr hat auch diese äh es ist ja da kann man bei der schildzeichen wenn man die dritte rinnt setzen nun kann man hier und wenn ich will ich alle leute ich weiß man die druckplatte dahin legen oder nicht da ist noch einer war dann einmal nicht wenn ich will jetzt ich will die bilder sogar abschalten da ist eine leute ist mir los warte was 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 ich jetzt hier machen der druckplatte hinter einem bild muss eine tür sein nicht zwingend nicht zwingend ein hebel irgendwas was man aktivieren kann man kann sich wahrscheinlich auf dem pferd setzen man kann die bilder schlagen ist das bei absicht nein soll man nicht nein hier ist irgendwo ein pferd ich habe ein pferd gehört man muss sich wohl auf dem pferd drauf setzen ich habe ein bild gerade irgendwie gefunden ja nicht keine bilder zu stören einfach nur hier zu legen wir müssen hier befinden ach so warte ich versuche mal einfach sachen durch die bilder zu werfen kann ich mal jemand kurz noch ein bisschen hochschlagen leute kann ich mal kurz ein bisschen hochschlagen werden die druckplatte ich habe sie platzieren mal warte 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 druckplatte 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 jemand hat druckplatte gesagt ich platziere mal auf die schwarze teile ich habe es doch gewusst ein jump and run yeah mein lieblingsgebiet im dunkeln oder obwohl als tipp sage ich mal ist es erkennt ihr noch die spiegelung der mathematik punkt da ist du hast quasi ein diagramm wo du vier zeilen hast und in der zweiten zeile ist in der ganzen in der mitte ein kleines x und in der dritten zeile ist das vierte von links in x warte ich bin zum ausgang ach so meinst du so wie bei diesen ich habe es gefunden ich habe es gefunden dann sag mal die koordinaten durch hallo team team blau ich habe es gefunden bist du jvgamer? sag die koordinaten sucht ihn doch einfach ihr seht auch den namen oder? ja wenn du nicht bin grad zurück eins dankeschön zwei da kommt noch der letzte hier oben ist ja keine Fackel sehe ich gerade sieh da fehlt noch einer hier hinten kommt gerade noch der nachzüge gegen baummaßnahmen grünen abzüge umkleidung ah die josey die kommt gleich noch ja ja hurry up wo ist es? einfach mir nach hier hinten auf jeden fall sind wir schon durch falls osch vielleicht sich nochmal aufregt deswegen wie oceanrash sind durch er ist noch hier drin ne? ja der dürfte mich noch hören ach so okay hier ist einfach mal komplett gar nichts ich sehe nichts ich laufe einfach dir laut oh mein baummaß ist das hier muss man runter wohl an müssen wir das loch hier finden es seht wie viel die redstone fackel wieder mit team grün schon wieder hoch immer rechts bleiben eben ein team ist grün oder wir sind blau immer links bleiben gut was wollte ich hören eben hier wieder die Fackel oh warte na okay hier ist Sackkarte ich geh mal links bei Labyrinthe ist immer grundsätzlich die Regel immer rechts bleiben auch nee nicht schon wieder an Labyrinthe es ist nicht egal ob man immer links oder immer rechts geht was man Sackkarten findet muss man ja dann auch immer rechts bleiben mhm und im Prinzip ich warte nämlich am Ziel unten auf euch und wenn es einer hat unten naja dann weil ihr müsst euch durch den Oreo Keks durcharbeiten Snow Hunter Snow Hunter schau mal nach oben schau mal nach oben hinter dir hinter dir und wenn es einer geschafft hat dann port ich alle anderen mit runter das Summer uns vereinbart ich glaube ich bin schon relativ weit unten ich bin der zweiten Oreo Keks Alter Andi ist ja flink daran kann ich mich noch erinnern daran kann ich mich noch erinnern ähm rechts oh wir sind unten was der verpasst das ging ja schnell was denn äh ja ich und ich und ich und Snow Hunter sind auch gleich ja ich bin auch unten ich bin schon unten ok ok dann einmal TP Black uh wir haben das eigentlich viel schwieriger gedacht ok ich bin von dem rumgelaufen ja was hier längst hier längst hier längst alter immer wieder dieses Gänz und konnte man hier nicht schon die 1.9er Video machen ja dann hätte ich auch mein tolles Ding gehabt nee weil dann hätten wir dann könnten sie ja nicht vordrängen wenn man nur durchläuft weil so ein Eingang wie lange ist das? lange keine Ahnung auf jeden Fall die Zwischenwege waren ich nimmer toll auf jeden Fall meine Strategie mit immer rechts bleiben hat wohl funktioniert ja immer links genau dieben das war nicht als Copyback gemeint achso nein ok auf jeden Fall waren auf jeden Fall oh nein weiß auf jeden Fall waren die ganzen Erinnerungen kommen wieder hoch oh ne ich hasse euch ich meine Tauberaktion na klasse das kenne ich ey ist irgendwie Rot am schnellsten? irgendwie schon ja die sind nämlich auch schon alter wie schnell da müssen wir uns wirklich ran halten damit wir noch Erster werden auf geht's search der Boxes ähm äh bei mir wird das nicht angezeigt was denn? äh Leute äh Effekt achso Leute wir können nicht einfach die Schuhe betätigen kannst du aber du brauchst den Schatz um weiter zu kommen also deswegen hilft der Team im Besuch wenn du Camp Competition schon gesehen hast die letzte Dings dann ja dann weißt du was du machen musst ja ich weiß was ich Trum finden muss ich hab's noch nicht ganz durch ja im Prinzip es sind ganz viel äh obwohl nie diesmal haben wir's anders gemacht da letztens mal ganz viel tun diesmal ist wirklich nur eine glaube ich ja Hintenfische und ich suche hier Hintenfische die eine war die eine war in der Höhle das hab ich letztens mal wieder gesehen wirklich ist das hier vielleicht ist der Raum blau richtig ist das die Lösung ich will einfach mal wegdögen oh shit was denn? ich glaube ich sterbe wieso? nicht drauf geachtet ja auf die Atmung musst du aufpassen ne? vor allem auf die Zeit wie lange du noch den Effekt hast mhm wird bei mir nicht angezeigt na wenn du instrumental gehst dann vier Herzen ripp 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 alter ein zwei eins und boah ganz knapp noch geschafft alles das ist bei mir geglitscht ich weiß nicht ich kann nichts machen warum dich? keine ahnung ok warte ich tp dich wo ist die Fire Protection hier im Lava Dings uh ripp 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 eh jaaaahhhh geschafft rüster Sprung geschafft ehm ich muss nochmal zurück oder warte SIT Jeeee ich bin durch das maul gesprungen da ist jetzt aus hier noch irgendwo eine tür aufgeht oder also nach der golddruckplatte wie nach der kultur also ich bin im labyrinth auf die golddruckplatte getreten du hast gerade bei mir was unten ja geht es da noch weiter oder nein dürfte übrigens da unten rauskommen das ist schon fertig ich war schon da würde achtmal den Sprung bitte geschafft anzubauen und das Ding aber wieder der machen also klar da fliegt ja jemand da oben dieser Hacker also die Tümer habe schon mal geöffnet ich bin unterwegs hab das schon gefunden den Schatz ja einer hat schon gefunden eine Person die Splash Potion die ich noch habe wird jetzt in der Inventar gecleared gleich ähm die kannst du aber auch behalten ist nicht so schlimm ähm even muss man auf die schwarzen Wolle den Schatz finden sie ja genau richtig ich hab den Drucker drin ja Lederkappen absetzen wir brauchen sie nicht aber gibt Rüstung dann tankt man mehr ja bei die das ja nicht da gibt es eine versteckte Tür die man dann so so JGamer leg den Schatz hin reinrollen der Stein ich bin ne okay drauf das ist ne Druckplatte und bleibt drauf stehen das ist ne Jump Run wow du 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 nein die Penny doch lol okay beim letzten Mal war es irgendwie so mehr dass man ne die frische ein Bild gehen musste jetzt überraschend alle müssen schafft es ist einfach nur laufen äh es war ein Fehler gewesen ich hab ein Bild hier hoch ganz links hinten ist der Start ganz links hinten ist der Start also nur das mit dem Bild ist richtig weil durch die durch die Pistons wurden ganz viele Blätter runter geschmissen Hätte schade ich halt jetzt glaub ich muss kombinieren und die Bilder auf die Druckplatte legen Leute jetzt müssen wir mit Pferden los oh hurra Pferde ähm na toll Chris hat grad noch Horsi Horsi reiten dubla hab ich irgendwas verpasst? ja du musst hier hinten hoch los ich will dieses Pferd wenigstens ja hier hinten hier mag mich mein Pferd mag mich hier ach dann Steve du musst ruhig einen Bescheid sagen ne hab ich schon ja mein Pferd macht mich du bist meins du scheiß Pferd du kannst den Pferd schon wieder nicht mach die Helligkeit hoch ich hab ich hab eigentlich bekommen auf Options oder genau ich hab einfach mein Kabel hochgestellt lassen bin ich schon mal los mit meinem Pferd ok wir beide sind schon los mit äh mit unserem Pferd da äh steven sagst du noch auch schon dass wir fertig sind? hab ich schon hab ich schon ob kurz ist das steven wo ist Bob? der hat sich leider verselbstständigt aber einfach hier geradeaus weitergehen natürlich müssen wir die Pferde hier lassen oh nein 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 nicht wieder das eine Dings zumindest funktioniert es diesmal wirklich alles ne ich hoffe das ist hier auch ich hoffe das ist das Tor diesmal funktioniert ne das funktioniert wir haben es wirklich getestet ok ich bin ganz kurz auf Toilette ok dann mach ich weiter und dann hier links rein Vorsicht oh ne ach das kenn ich dann einmal bewaffnen es gibt hier ganz genau vier Schalter ja das wollte ich jetzt schon wir schalter um äh das Tor um zu öffnen die sind jetzt die sind schon gezähmt oder muss man die zählen du musst sie zählen du musst sie zählen du springst da rein und er ist verbrannt was Pferd ich hab ich einen Knopf und jetzt wie lang oder besser gesagt die vier Knöpfe ah Junge ich hab ich mal oh halte ich hab nicht der schnellste Pferd hier ist schon wieder die falsche Farbe na warte hast du den gerade Fireboot schon gegeben ja ok ich dachte schon das ist jetzt irgendwie durch Cheat passiert oder so ich hab eine Bibliothek gedreht ne Leute ja ich hab's geschafft ich hab noch eine gefunden ja sehr zu krank ja das ist ja hammer ich dachte es ist schade ja warte von G ich komm mit warte wie werde ich denn die Tür offen wir haben jetzt schon zwei gelöst Wollte mich verarschen ich war schon auf dem richtigen Weg ich hab grad noch einen Knopf gefunden nur nebenbei ok jetzt in den Ausgang ok in den Ausgang ja da fehlen aber noch eine Leute warte ja warte also ich war jetzt in die nächsten Art steiniglisch und unten drin habt ihr dort schon alle Knöpfe gedreht nö also bis jetzt haben wir zwei Stück gedreht wir haben noch ein Schalter Rätsel das ich grad huiiiii nein 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 steppel 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 oh mein Gott ich hab's mit einfach mit zwei Hitpoints überlebt ok wir haben jetzt noch einen wer kam auf die Idee mit dem scheiß Wasser hier ja also jetzt jetzt wir hier noch ein paar wieso man das hier bitte machen warte es sind Knöpfe keine Druckplatten ne nein warte und war ja auch schon wie soll denn das bitte gehen Hallo. Ja, hi. Hallo. Warte, hier geht's noch runter. Wie soll man das denn bitte schaffen? Also, da kamen wir erst. Wie soll man das denn bitte schaffen, da um die Ecke? Geht gar nicht. Den Knopf da hab ich schon gedrückt. Ähm, warte, also weil diesen Sabbermauer-Ding haben wir schon gefunden, weil diesen etwas denn eigentlich glaube ich, funktioniert was nicht. Wir haben über den Moos-Tempel haben wir schon gemacht. Beim Stein-Iglo habe ich sehe ich nur Druckplatten gefunden, ne. Und da und da, wo gerade der Typ gerade im Feuer steht, habe ich auch schon das gefunden. Ich habe gesagt, der Typ der mit Steinsabot. Ach so, ich habe hier noch einen anderen Gang gefunden, hinter der Stein-Dings. Äh, warte, ich sehe. Warum steht der hier denn jetzt mal so getötetet? Weil wir. Leute, 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 hier hinten geht's noch weiter. Wie soll ich denn hier bitte weiterkommen? So gerade als Frage. Wie, wie, was meinst du? Ich muss ja da hin. Da hin. Ne, musst du nicht. Du musst von hier nach hier drüben und dann von hier nach hier drüben. Ach so, ja, und was macht man hier? Äh, das war der Eingang. Ach so. Warte, warte, warte. Äh, der Eingang. Ach so, der Ausgang, ja, von der Höhle. Ja, 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 ja. Leute, Leute, kommt mal hierher zu mir. Leute, kommt mal hierher zu mir, hier geht's noch weiter. Bilder, da hab ich schon gedrückt. Nein. Nein, 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 ich brenne. Habt ihr gemerkt, dass hier ne Tür offen ist? Erst jetzt. Ah, ich dachte das ist dein Ausgang gewesen. Ich bin eh beeinfacht. Knopf gedrückt. Wir müssen uns klopfen ein bisschen beeilen, weil die sollen nicht. Kann mal bitte jemand gerade den Knopf drücken? Sollen wir hier sein? Ich glaube nicht. So, warte, wir, äh. Nein, das glaube ich auch nicht. Äh, nein. Ich glaube, wir sind hier falsch. Äh, äh, äh. Äh, äh. Ich weiß nicht, was das sein soll. Nein, bitte zurück alle und nix drücken. Auf jeden Fall habe ich, äh, ja gut. Äh, wir kommen nicht hier durch wegen dem Repeater. Ja, warte. Ich mach das gleich. Auf jeden Fall ist jetzt offen. Ja. Help. I'm trapped. I'm trapped. I'm trapped. Don't kill me. Don't kill me please. I'm friendly. I'm friendly. Push me up. I'm friendly. Ich bin frei. Ja, Tür ist offen. Keine Zeit, dass hier ein Repeater falsch rumsteht. Oh Gott. Und ich bin immer noch mit. Nein. Ja, warte, du bist gleich dran. Du warst loko, ne? Ne, fang hier. Ah ja, mein hier. Das ist schon alt. Äh, er geht vielleicht nicht gleich beim ersten Versuch. Einfach drauf rum springen. High five. So, wer war jetzt noch drin? Warte, 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 warte. Warte, wir müssen zusammen. Warte, wir müssen zusammen. Warte, wir müssen zusammen. Warte, 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 warte. Warte, wir müssen zusammen. Auf drei, eins. Sind alle jetzt draußen? F.I. Sind alle draußen? F.I. F.I. Ja, ich war der letzte da drin. Okay. Hab'n Smart Block. Was war'n Smart? Warte, 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 ich setz'n. F.I. Warte, was ist hier drin? Warte, was ist hier drin? Nix. Hey, ich möchte nicht sagen, aber wir haben's geschafft. Ja, wir sagen jetzt aber den anderen nichts, ne? Wir warten schön. Wir sind schön leise. Ja. Ja, ja, ja. Ja, ja. Was, das war schon? Ja. Näääääääh. Das ging ja mal schnell, ey. Jetzt dürfen wir erst mal. Ja, geil. Wenn du mal auf die Uhr gucken tust, haben wir jetzt fast zwei Stunden gebraucht. Watt? Hat sich angefühlt nicht? Eineinhalb. Eineinhalb haben wir jetzt. Hat sich angefühlt wie eine Stunde. Was hat sich also vielen wie zehn Minuten, Junge? Mein Gott! Einsteigen. Au- Ah! Nicht vor mir herlatschen! ich nehme ganz viele mit weil ich weiß nicht mehr ich habe ein herz ich denke eben ein ganz tief drin der mein kopf ich weiß noch ein paar schöne screenshots wenn wir hier so rumfahren. Ich höre die Zeitmusik. Wisst ihr was? Oh no, nicht am Rand aussteigen. Ich bin fast rausgefallen. Ich mache noch schöne Screenshots von euch. Bis zum nächsten Mal.